Ein wichtiger Hinweis ganz zum Anfang, der Thorsten Krote ist der Mensch bei der FSFE, der die Free Your Android Kampagne gestartet hat. Der hat mir das genehmigt, seine Folien zu benutzen. Deswegen steht da nicht mein Name, sondern der Name von Thorsten. Ich bin der Dominik. Ich bin aus Hamburg hergekommen, um hier den FSFE-Stand zu machen und euch heute ein bisschen was über die Free Your Android Kampagne und freie Software auf dem Smartphone zu erzählen. Ich werde allerdings nicht so weit gehen, dass wir jetzt irgendwie neue Betriebssysteme auf den Smartphones installieren. Eine Frage zuerst. Die FSFE kennt jeder? Weiß jeder, was das ist? Von der Begrifflichkeit her könnt ihr was damit anfangen. Dann müssen wir das erstmal. Habe ich ja gestern einmal kurz vorgestellt. Freie Software auf dem Android Handy. Dieses Gerät, habt ihr schon mal gesehen? Das ist in den Anfangszeiten das erste wirklich offene Handy gewesen, was komplett frei war. Wie das funktioniert hat, hat das jemand ausprobiert? War nicht so prickelnd, weil viele Sachen wie Chips für UMTS, für LTE und so, LTE hatten wir da noch nicht, wurden einfach von der freien Software nicht unterstützt, weil es keine freie Software dafür gab. Betriebssysteme, die wir damals hatten, um den Zeitpunkt um 2011 rum, als Thorsten sich damit beschäftigt hat. Das waren noch verschiedene Projekte, die habt ihr alle sicherlich auch schon mal gehört. Das einzige, was sich da bis hierhin gehalten hat, ist das mit diesem Roboter-Symbol gewesen. Das ist Android. Firefox OS kommt demnächst was Neues. Vielleicht kriegen wir demnächst auch mal Ubuntu-Handys. Da habe ich letztens auch schon mal das Vergnügen haben dürfen, mir so ein Ubuntu-Handy anzugucken. Und das, was sich jetzt am meisten durchgesetzt und verbreitet hat, das wisst ihr alle, ist Android. Und das kommt demnächst auch fürs Auto. Warum will man das nicht selber kontrollieren dürfen? Warum will man sich selber bestimmen dürfen, was man damit überhaupt machen kann mit seinem Handy? Informationelle Selbstkontrolle, ganz, ganz großes Stichwort. Selber die Kontrolle über seine Daten zu haben, ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt dabei. Und von Google unabhängig sein, das ist auch ein sehr, sehr wesentlicher Punkt dabei. Was macht man dafür, wenn man das im kleinen Stil machen möchte und sich nicht direkt irgendwie das Risiko eingehen möchte, dass man aus seinem Handy einen Backstein bastelt? Man verwendet erstmal in kleinen Schritten, fängt man an, freie Software auf dem Handy zu benutzen. Ja, Google ist als einziger geblieben. Aussehen kann das, wenn das geroutet ist, ganz anders. Das ist ein Cyanogen-Mod, was hier der Screenshot darstellt, wo teilweise Sachen von Google noch zu sehen sind, viele Sachen nicht mehr auf Google setzen. Ja, was man machen kann, entweder das Routen modifizieren. Die Möglichkeiten dafür kennt ihr schon. Wenn ihr das machen wollt, dann gibt es heute Nachmittag nochmal einen Vortrag von einem von den Toppoint-Jungs, ein Workshop sogar. Ihr müsst allerdings schauen, dass eure Handys das unterstützen. Der erste Schritt, um das zu machen, wäre das Device zu anlocken. Die Hersteller, die sperren das Bootloader-seitig, dass es gar nicht möglich ist, ein anderes Betriebssystem zu installieren. Entsperre ich diesen Bootloader, was das Pendant so krabb, auf bei Linux wäre, da habe ich ganz große Probleme. Das habe ich vorletzte Woche ausprobiert mit meinem Sony Xperia Z. Im Bootloader geanlockt, nachher war das komplette Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Einfach nur, weil ich mir die Möglichkeit offenhalten möchte, ein anderes Betriebssystem zu installieren. Das ist ein bisschen blöd. Ist aber ein wesentlicher Schritt, um überhaupt ein neues Betriebssystem aufs Handy zu kriegen. Kann man sich überlegen, wie weit man damit gehen möchte, wenn man komplett frei bleiben. Dann benutzt man Replikant, das ist das Symbol, was da zur Linken dargestellt ist. Oder, das kennen wahrscheinlich die meisten von euch, dieses Symbol, das ist das Logo von CyanogenMod. Teilweise unterstützt CyanogenMod, das natürlich noch irgendwie mit Google zusammenzuarbeiten, Google Apps darauf zu installieren, den Google Play Store überhaupt darauf zu benutzen. Das hat man mit Replikant an der Stelle nicht. Und ist da mit Replikant sozusagen ein kleines bisschen mehr frei. Da bleiben dann auch proprietäre Treiber komplett draußen vor. Das schränkt die Möglichkeiten allerdings ein. Replikant kann man nicht auf allen Devices benutzen. Die Liste an Herstellern und Modellen, die ist ziemlich klein. Und beschränkt sich auf relativ alte Handymodelle. Und selbst da hat man dann manchmal noch Probleme, dass man WLAN irgendwie überhaupt benutzen kann. Und in heutigen Zeiten, wo man für Traffic im Mobilfunknetz noch so viel bezahlt, ist das auch wieder ein bisschen blöd. Deswegen gehen die meisten dann doch wieder zu CyanogenMod. Das wird von vielen Handys gut unterstützt. Witzigerweise gerade von den Handys, die von Google selber kommen. Diese Nexus-Geräte, da kann man dann auch das CyanogenMod problemlos installieren. Bei anderen Handys muss man erst mal am besten vorher schon mal schauen, ob das in der Liste überhaupt mit aufgeführt ist. Ansonsten steht man dann da wie ich, versucht diese One-Click-Installation von CyanogenMod auf dem Sony Xperia Handy. Und da wird gesagt, nö, dein Handy unterstütze ich nicht. Andere geroutete Version, wenn das komplett frei ist, dann kann ich so Sachen wie F-Droid benutzen. Da gehen wir dann gleich nochmal ein bisschen detaillierter drauf ein. OpenStreetMap-Navigation mit dem Handy ist dann auch problemlos möglich. Das würde man mit diesem OSM-Ant beispielsweise machen. Wenn man trotzdem gerne Twitter benutzen möchte, benutzt man Twidere. K9-Mail, Blitz-Mail kennt wahrscheinlich jeder von euch, um E-Mails zu machen. Also selbst eine Eingabeaufforderung für das darunterliegende Linux-System. Das weiß jeder von euch wahrscheinlich, dass Android setzt auf Linux auf. Auf einem Standard-Handy kann man keine Eingabeaufforderung benutzen, um da irgendwie die Sachen zu machen, die man normalerweise, wenn man seinen eigenen Linux-Rechner zu Hause hat, hat mal Administrator-Rechte, kann alles machen, was man möchte. Das geht mit so einem gerouteten Handy dann auch. Es gibt eine komplett freie Variante von Cyanoglenword. Die kann man sich bei GitHub dann auch anschauen. Unterstützt natürlich auch nicht mehr so viel. Worauf wir jetzt im Detail hier in dem Vortrag erstmal eingehen wollen, ist eigentlich erstmal, wie kriege ich überhaupt freie Software aufs Handy? Das heißt, wer F-Troid schon kennt, der kann mir sicherlich den restlichen Teil des Vortrags auch abnehmen. Wer F-Troid noch nicht kennt, der wird jetzt ein paar neue Sachen dazulernen. F-Troid ist eine Alternative zum Google Play Store, bei der ich komplett freie Software kriege, wo auch bei den jeweiligen Apps dabei steht, unter welcher Software-Lizenz diese App überhaupt steht. Das weiß ich bei Apps, die ich mir aus dem Play Store runterlade, einfach gar nicht. Da kann ich mir auf Verdacht sozusagen eine App installieren und hoffen, das ist in Ordnung, dass ich mir diese App gerade installiere. Bei den meisten Apps, die ich mir kostenlos aus dem Play Store runterlade, funktioniert das ja auch. Dann kann ich mir zwar kommerziell Apps auch installieren, die Geld kosten. Trotzdem habe ich dann halt nicht die Sicherheit, dass ich beispielsweise die Kontrolle über meine Daten habe, weil ich nicht weiß, was diese App eigentlich im Hintergrund noch alles tut. Und das ist dasselbe Problem, wie wir es beim PC auch haben. Ich weiß beispielsweise auch nicht, was Windows im Hintergrund alles tut oder was Mac OS von Apple alles im Hintergrund tut. Das kann man sinngemäß dann natürlich auch aufs Smartphone übertragen. Und gerade das ist das Intimste, was wir überhaupt bei uns tragen, wo wir auch die privatesten Daten eigentlich drauf haben. Irgendwelche Kontaktdaten, E-Mails, Messaging-Sachen, die dann teilweise über WhatsApp unverschlüsselt laufen. Dann kann ich mir natürlich Alternativen aus dem Play Store installieren. Streamer ist eine super Sache. Kostet im Play Store 1,60 Euro. Kann man gerne dafür ausgeben. Aber Streamer ist keine freie Software, mit der ich die Freiheiten habe, nachvollziehen zu können, was passiert da überhaupt im Hintergrund. Ich kann mich nur darauf verlassen, was an Informationen im Internet geschrieben steht. Aber mit hundertprozentiger Sicherheit weiß man es immer erst mit freier Software. Deswegen die Kampagne von unserer Seite, unser Vorschlag, komplett auf freie Software zu setzen, auf den Google Play Store zu verzichten. Den kann man eh nur benutzen, wenn man überhaupt einen Google Account hat. F-Troid kann man sich runterladen von f-troid.org. Sieht nachher so aus. Bietet alle möglichen Sachen, vom Media Player VLC, Wikipedia bis hin zum Firefox Browser und DuckDuckGo als alternative Suchmaschine. Den Barcode-Scanner kennt wahrscheinlich jeder. Den gibt es. Das ist eine von den wenigen Apps, die es in F-Troid und im Play Store gibt. Wenn ich die haben möchte, ohne einen Google Account zu haben, dann kriege ich die auch super über F-Troid. Selbst Adblock Plus als Werbeblocker kann ich da noch haben. Verstehen kann man das so ein bisschen wie ein Package-Management-System bei Linux. Das kennt jeder von euch. Upget Update. Ich hole mir die aktuellen Repository-Informationen und dann weiß ich, was es an aktuellen Paketen gibt, ob es Updates gibt für meine Pakete, die ich installiert habe. Dann würde ich hier rechts oben auf dieses Burger-Menü klicken und dann Update-Repositories auswählen oder Paketquellen aktualisieren, wenn das hier auf Deutsch eingestellt ist. Das ist das Äquivalent dazu. Und dann kriege ich dann auch die aktuellsten Apps angezeigt. Was ich die Tage jetzt gesehen habe, ist eine App, mit der man irgendwie durch Berlin navigieren kann, um da vegane Shops zu finden, wo man halt vegane Nahrungsmittel bekommt in Berlin. Selbst sowas ist mit F-Troid möglich. Wie gesagt, als freie Software. Beispiele. Habe ich eben schon mal kurz auf dem Screenshot angesprochen, K9-Mail, um E-Mails zu machen. Man weiß halt, was im Hintergrund passiert mit der Kommunikation bei den E-Mails. OSM-Ant, um zu navigieren auf Open-Street-Map-Basis. Da gibt es noch einige Alternativen dann auch in F-Troid. X aber, weil damals als Thorsten diese Folien gemacht hat, noch der Jabba-Client der Wahl. Jabba kennt von euch auch jeder zum Chatten. Was ich jetzt mir aus dem F-Troid installiert habe, ist eine App namens Conversations beispielsweise. Die integriert sich selbst optisch super in Android-Handy. Weil manchmal hat man so ein bisschen den Zweifel, passt das jetzt optisch? Oder die App, die funktioniert halt und tut das, was es macht, aber integriert sich optisch nicht in den Rest. Und selbst das ist mittlerweile im Jahr 2014 auf so einem Status, dass man das nicht mehr unterscheiden kann. Ist das jetzt eine Android-App oder ist das eine freie App, die ich aus F-Troid installiert habe, vom Optischen her, vom Aussehen her. Kann man dann vielleicht nochmal ausprobieren, wenn die Zeit bleibt. Antenna-Pod für WLAN-Geschichten, Tweetere habe ich vorhin schon mal erwähnt, für Twitter. VLC ist eine ganz schicke Sache. Selbst VLC Remote Control habe ich dabei, um die App als Fernbedienung für meinen VLC-Player auf dem PC benutzen zu können. Und dann muss ich nicht mehr aufstehen und zum Rechner laufen, wenn ich da irgendwas umschalten möchte. Das kann ich prima damit machen. FB-Reader als PDF-Reader. Ein Vorschlag für einen PDF-Reader. Da gibt es auch verschiedene Vorschläge dann wieder in F-Troid. Und Backup-Tools genauso, um sich Backups zu machen. Wie dokumentiert man das Ganze dann? Was Thorsten gemacht hat, er hat einfach irgendwie im FSFE-Wiki, das kennt ihr vielleicht, habt ihr schon mal gesehen, das ist dieses Fellowship-Wiki, wo die FSFE-Fellows untereinander kommunizieren, Informationen für sich hinterlegen. Da hat Thorsten das aufgeschrieben, wie kriege ich da irgendwie alternative Betriebssysteme drauf, wie kriege ich freie Software über F-Troid. Das ist noch das ganz, ganz alte F-Troid-Logo. Wie kriege ich das überhaupt auf Sandy drauf? Das hat er da aufgeschrieben und festgehalten. Und dann kam ein junger Herr um die Ecke, der hat irgendwie diese Seite gesehen und hat sich das selber angeschaut und durchgelesen und hat dann dazu gesagt, wow, das ist ja eine verdammt gute Campaign. But a few points needs some clarification. Und was Thorsten da vor allem gesehen hat, war das Wort Campaign. Das hat er eigentlich damit gar nicht gedacht, dass er das im FSFE-Wiki aufgeschrieben hat. Wie geht das? Das hat ihn aber auf den Gedanken gebracht, da überhaupt eine Kampagne draus zu starten, die unter offizieller FSFE-Hut dann sozusagen steht, an die Presse weitergegeben wird, dass offiziell halt auf vielen Nachrichtenseiten und vielen anderen Kommunikationskanälen, unter anderem da auch bei mir unten am Stand, könnt ihr euch nochmal mit mir darüber unterhalten, einfach darüber zu reden, den Leuten das mitzuteilen, die das noch nicht kennen. Wie komme ich von Google los? Wie kriege ich selber die Kontrolle über meine Daten? Wie kriege ich freie Software auf mein Handy? Damit hat Thorsten diese Free Your Android Kampagne gestartet, hat eine Pressemitteilung rausgegeben. Das war 2012, ist aber immer noch brandaktuell. Und hat dann mal beobachtet, wer alles über diese Kampagne schreibt. Das ist ein Screenshot von ZH Open, englische Seite. Selbst die englische PC-World hat er darüber geschrieben. Linux Zone. Man sieht, dass das in alle Sprachen selbst übersetzt wurde, europaweit. Das hat scheinbar irgendwie gefruchtet. Dass die Free Software Foundation Europe an der Stelle aktiv geworden ist. Netzpolitik.org, das ist hier in Deutschland wahrscheinlich das bekannteste, was ihr kennt. Der Föboot, der heißt jetzt nicht mehr Föboot, sondern DigiGIS. Digitale Gesellschaft. Unterstützt das. Hat zusammen mit der FSFE dann diese Kampagne gemacht. Und macht da Werbung für, wie kriege ich einfach freie Software überhaupt auf mein Android Handy. Wie befreie ich mein Smartphone. Da haben wir noch den Standard aus Österreich. Russische Seiten, die da drüber geschrieben haben. Die Zeit, die Taz und die U-Bahn in Berlin. Das Foto ist nicht shoppt. Das ist GIMT. Das da oben ist natürlich jetzt unser Werbebanner. Weil Thorsten in dem Moment, als er die Werbung in der U-Bahn in Berlin gesehen hat, kein Fotoapparat zur Hand hatte, um diese Bildschirme zu fotografieren. Ist das jetzt nur ein Sinnbild dafür? Aber prinzipiell war das so. Selbst die Berliner Verkehrsbetriebe haben in ihrem Fahrgastfernsehen sozusagen dann aufmerksam gemacht auf diese Kampagne, wie befreie ich mein Handy. Das kennt wahrscheinlich jeder von euch mittlerweile. Hat jeder schon mal gesehen? FreeYourAndroid.org. Die Digital Courage. Digital Courage, nicht digitale Gesellschaft. Ich entschuldige mich vielmals, auch bei den Zuschauern im Internet, dass ich das gerade verwechselt habe. Warum eigentlich nur Android und nicht Ubuntu oder Firefox oder Tizen oder WebOS? Wem sagt WebOS noch was? Wer hat das gemacht? HP. Nicht Palm. HP. Die haben das geschrieben, haben das dann an LG verkauft. Yola ist ein relativ unbekanntes System. Von den ganzen Systemen, die wir da jetzt gesehen haben, welches hat sich am meisten durchgesetzt bisher? Das war natürlich immer noch Android, was am wenigsten unfrei ist, sage ich jetzt mal so. Ich bin ganz gespannt, ich habe ja das Ubuntu-Handy letztens gesehen, das wird sicherlich auch nochmal eine ganz schicke Sache. Firefox OS habe ich auch schon mal sehen dürfen, ist auch eine ganz schicke Sache. Über die anderen Systeme kann ich euch nicht so viel erzählen, lohnt sich aber vielleicht das anzuschauen und mal die Kompatibilitätslisten zu checken, ob das auf euren Handys vielleicht funktionieren würde. Wie kann ich selber was dazu beitragen oder wie könnt ihr aus der Community was dazu beitragen? Das ist immer eine ganz spannende Frage bei freier Software und Open Source Projekten. Die entstehen ja meistens nebenbei, da stehen ja keine großen Unternehmen dahinter, die dann festangestellt haben, die acht Stunden am Tag dafür arbeiten. Freie Software entsteht nebenbei in der Freizeit von verschiedenen Leuten aus der Community. Genauso ist das natürlich mit F-Troid auch. Wer interessiert sich dafür, ein bisschen technischer ins Detail zu gehen? Okay, dann kann ich da ein bisschen was zu erzählen. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, das ist mit Package Management auf Linux vergleichbar. Wie kriege ich neue Apps in F-Troid überhaupt rein? Ich finde eine App im Internet, die ist noch nicht in F-Troid drin. Das ist eine freie App, die steht unter einer freien Software-Lizenz. Wie kriege ich das jetzt nach F-Troid? Das ist die spannende Frage. Packaging, wer hat von euch schon mal Pakete für Linux gebaut? Von denen, die sich dafür interessieren jetzt zumindest. Debian-Pakete oder RPMs für Fedora oder sowas. Das sind einfach nur Metadaten, die ich für die Software im Prinzip dazu schreibe und dann ein paar Anweisungen vielleicht noch zum Kompilieren gebe. Im Prinzip vermerke ich mir die Metadaten, die sehen bei F-Troid so aus. Ich sage, was für eine Kategorie ist das? Unter welcher Lizenz steht das? Das ist das Wichtigste überhaupt eigentlich, wenn ich dann eine freie Software in F-Troid reinkriegen möchte und möchte, dass der Benutzer auch sieht, unter welcher Lizenz das steht. Dann muss ich das natürlich angeben. Die Webseite von der App. Hier am Beispiel von dem Android VNC Viewer. Wo kriege ich den Source-Code für die App? Verdammt wichtiger Punkt, wenn man über freie Software redet. Wo kriege ich eigentlich den Quelltext her? Und wo kann ich Fehler melden, wenn mir was auffällt, was nicht so ganz gut funktioniert bei dieser App? Darüber hatten wir gestern auch schon mal gesprochen. Für den VNC Viewer wäre das dann hier auch bei Google Code gehostet, diese Adresse. Verschiedene Möglichkeiten an die App zu spenden, an die App-Entwickler. Das kann ich als Metadaten in F-Troid mit vermerken. Das geht bei Flatter-Lows, bei Donate-Links bis hin zu Bitcoin-IDs, die ich dann da angeben kann. Und ganz klar, wichtige Metadaten. Was ist das für eine App und was macht diese App? Eine Zusammenfassung und eine Beschreibung dafür. Wie kompiliere ich diese App? Mache ich da sozusagen ein Binär-Paket raus, was ich für die anderen installieren kann? Das geht dann so weiter. Ich kann Repository-Type angeben, git-svn. Das sagt jetzt nur den technisch versierteren was. Weiß ich nicht, inwieweit das generell bekannt ist. Ich sage dir, was für ein Typ von Repository das ist. Das kann ja Subversion sein, das kann Git sein, das kann irgendwas anderes sein. Gebe die Adresse zu diesem Repository an, inklusive eventueller Unterordner. Das würde ich dann da sagen, in diesem Verzeichnis Android VNC, da liegt die eigentliche App drin. Gebe die Version mit an und den Commit, der gebaut werden soll, ob für Updates gecheckt werden soll. Und kann dann auf Basis von diesen Informationen schon eigentlich das nach F-Troid committen sozusagen. Und F-Troid zieht sich dann die Informationen, zieht sich die Quelltexte von dem URL, kompiliert das und übersetzt das in den Binär-Code und stellt es zum Download zur Verfügung. Kennt man das von normalem Packaging bei Linux auch? F-Troid als Package-Manager funktioniert natürlich genauso wie bei anderen Linux-Distributionen auch so ein bisschen. Ich kann zusätzliche Repositories hinzufügen, das wissen die wenigsten. Da gibt es halt das eine F-Troid-Standard-Repository, da finde ich alle Apps, die selber in F-Troid sind. Wenn ich von irgendwelchen Third-Party-Anbietern sozusagen dann Apps installieren will, die sind nicht im Play Store zu finden, sind auch nicht in F-Troid zu finden, sind aber kompatibel mit F-Troid von der Technik her, dann kann ich das Repository in F-Troid spezifizieren und kann sagen, ich möchte dieses Repository halt auch haben, um mir da Apps raus zu installieren mit F-Troid. Was Thorsten noch gemacht hat, diese ganzen Workshops, um Sachen zu installieren, Handys zu routen und so weiter. Er hat hier ein paar Fotos dann in Folien mitgepackt von Screenshots, von diesen Workshops, wie die da in Berlin in ihrem Hackerspace sitzen und dann ihr Handy befreuen. Installation-Partys, wer kann sich noch an Installation-Partys erinnern? Das hat man früher gemacht bei Linux, als das noch kompliziert war, Linux zu installieren, oder? Also in den letzten Jahren, ich weiß nicht mehr genau wann, 2012, 2011 oder so, gab es das auch im Anschluss an Linux-Tage noch mit der Top-Point. Ja, das ist schön. Für die Leute, die vielleicht noch nicht so versiert sind und sich nicht mit Linux auskennen, für die das komplett neu ist. Für die ist es ja meistens auch ein bisschen komplizierter. Ja, für die ist es auch gedacht, klar. Ja, das ist genau richtig. Und braucht man jetzt bei den Android-Handys oder bei Handys im Generellen wahrscheinlich auch, für die Leute, die sich damit noch nicht auskennen. So etwas hat Thorsten dann auch gestartet und hier ein paar Fotos von Installation-Partys mit reingepackt, von Leuten, die dann glücklich ihr Handy befreit haben. Ja, noch mehr Installation-Partys. Einfach nochmal, um zu sehen, wie sowas laufen kann. Wenn du auf der Installation-Party selber warst, dann kennst du das ja. Was wir beispielsweise bei der FSFE halt auch machen, wenn wir nicht so einen begrenzten Zeitraum haben für den Vortrag, sondern vielleicht auch einen ganzen Samstag-Zeit oder eine Samstag-Nachmittag-Zeit, dann kann man auch ein bisschen tiefer gehen in freer Android-Workshops, wo man dann auch anfängt, Cyanogen mal zu installieren auf dem Handy. Wenn ihr Lust habt, sowas in Kiel zu organisieren, kommt gerne nochmal auf mich zu. Wenn ihr Lust habt, in einem anderen Ort was zu organisieren, wenn ihr von woanders herkommt, gerne auch auf die FSFE zukommen. Es gibt auch Unterstützung von FSFE-Seite für sowas, natürlich. Wie kann man nicht freie Apps befreien? Man kann natürlich auch selber Apps schreiben. Spannendes Beispiel, Öffi. Wer kennt Öffi? Da meldet sich fast jeder. Öffi ist cool, kann viel, nutzt die Schnittstellen zu den jeweiligen Verkehrsbetrieben. Öffi ist aber selber keine freie Software. Das kann man also machen, um das zu befreien. In dem Fall seine eigene freie Software schreiben. Dieses Liberario, so heißt diese App, die bekommt man in F-Droid. Kann man sich daraus installieren. Funktioniert genau wie Öffi, weil es über eine Library, die der Öffi-Entwickler frei gemacht hat, auf dieselben Schnittstellen zugreifen kann. Allerdings ist hier nicht nur diese Library frei, sondern die komplette App komplett frei. Damit habe ich mich heute auch wieder durch Kiel navigiert, gestern Abend auch schon. Das funktioniert ziemlich super. Rein zufälligerweise der Entwickler für diese App heißt Torsten Krote. Wie gesagt, findet man in F-Droid, wenn man irgendwann mal was anderes ausprobieren will als Öffi. Super Alternative. Freie Software. Kann man selber auch mitarbeiten. Bei GitHub dann, das hat er da noch nicht, ist natürlich Open Source. Also man kann die Quelltexte reingucken, nachvollziehen, was tut diese App überhaupt. Das funktioniert bei Öffi nicht. Man kann dann auch selber Verbesserungen mit einfließen lassen in diese Software. Oder man schreibt einfach ein Issue bei GitHub, wenn Fehler auffallen. Und dann macht sich Torsten auch ganz schön fix daran, sowas noch zu korrigieren. Funktioniert halt auch nur mit freier Software, so in der Form. Ist das jetzt dann eine Kopie von Öffi oder ist es weiterentwickelt? Es ist eine eigene Implementierung. Es ist eine komplette Alternative zu Öffi. Man kann auch nicht sagen, es ist weiterentwickelt, weil es komplett neu geschrieben ist. Es ist nicht mal ein Fork, weil Öffi ist ja nicht Open Source. Ich kann ja nicht auf Basis der Öffi-Quelltexte irgendwas machen. Gerne in das Mikrofon sprechen, damit die Leute im Internet das... Der erste Schritt einmal mit dem Autoren, mit dem Entwickler von Öffi Kontakt aufzunehmen und zu fragen... Hat Torsten gemacht? Ach, okay. Dieser, wie heißt er, Andreas Schildbach, hat sich aber dann dafür entschieden, Öffi nicht als Open Source selber zu veröffentlichen. Deswegen genau aus dem Grund hat Torsten dann angefangen, selber seine Alternative dazu zu schreiben. Er hat mit Andreas darüber gesprochen. Wir haben sich auch irgendwie auf die Geschichte mit dieser Library geeinigt. Wie das im Detail dann nachher irgendwie im Hintergrund ablief, bin ich in den Details so tief drin. Auf Basis dieser Library hat Torsten dann die App geschrieben, muss man sich anschauen, ausprobieren, funktioniert genauso gut, bringt einen genauso von A nach B wie Öffi auch. Ihr könnt selber natürlich auch viel dazu beitragen, auf eure Art und Weise. Man muss ja nicht immer programmieren können, um zu einem freien Softwareprojekt was beizutragen. Es gibt viele andere Möglichkeiten. Ich kann Software übersetzen, ich kann irgendwie für die Webseite einfach was machen für diese Software. Ich kann einfach auf einer Messe stehen und irgendwie die Software als Ansprechpartner auf der Messe vertreten. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Oder was euch auch immer selber einfällt, wie ihr denkt, was zu der Software beitragen zu können. Selbst wenn ihr Feedback geht, ey, das funktioniert nicht. Und das wird dann nachher verbessert. Dann habt ihr auch schon was dazu beigetragen, zu dem Softwareprojekt. Das ist ganz klar. Funktioniert wie bei Linux auch. Wie bei Software, die ich auf Linux benutze, hören es einfach dann genauso. Die frühe Android-Kampagne, die hat auch Sticker. Die habe ich leider nicht am Stand. Ich habe dafür ganz schön viele andere Aufkleber noch. Die sind Notebook-kompatibel. Diese kleinen Sticker, die sind sogar Handy-kompatibel. Kann man sich dann nachher, wenn man sein Handy befreit hat, hinten auf sein Handy kleben. Um damit ein Zeichen zu setzen, dass selbst in der U-Bahn irgendwie die Leute dann komisch auf das Handy gucken und sich fragen, was ist das? Und dann vielleicht noch ein bisschen Werbung für die frühe Android-Kampagne auf die Art und Weise zu machen. Ja. Sollen vielleicht nicht so viel sagen an der Stelle dazu. Frühe Android-Flyer, die sind leider schon aus. Die haben an mir gestern schon alle weggenommen vom Stand. Finde ich gut. Und selber eine Community aufbauen gehört natürlich auch irgendwie in einem gewissen Rahmen dazu. Ja. An der Stelle kann ich nur noch mal aufrufen, selber auch aktiv zu werden. Selber ein bisschen was zu F-Troid beizutragen. Vielleicht selber Apps zu schreiben, wenn ihr das mögt. Wenn ihr programmieren könnt und euch dafür interessiert, selber irgendwie Feedback zu geben. Und ja. Es gibt eine Mailing-Liste bei der FSFE, da könnt ihr euch auch anmelden. Oder einfach auch was hinschreiben, Feedback zurückbekommen. Auf diese Art und Weise. Und an der Stelle sind wir dann fast schon für Fragen offen wahrscheinlich. Ja. Free your Android. Befreit eure Telefone. Fragen. Einfach mal das Mikro durchreichen, wenn irgendjemand Fragen hat. Einfach mal ausprobieren, wie viel Zeit haben wir noch? Kann das jemand sagen? Das ist, glaube ich, bis um zwölf. Das heißt, wir hätten noch 20 Minuten vielleicht auch einfach mal selber. Dann wäre F-Troid noch nicht ganzig, das auf dem Handy zu installieren und auszuprobieren. Und dann Fragen zu stellen. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wenn ihr das später machen wollt. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus